Servus und hallo und willkommen zurück zur Queen Demon Challenge. Und diesmal ist es Level 5. Ja, Level 5. Richtig gehört. Und ja, ich werde euch zeigen warum. Ja, okay, ich habe das schon gemacht. So. Man braucht nämlich die Kanone. Um da hochzukommen. Öh, nein! Uiuiui. Komm schon. Puh, das war knapp. So, jetzt muss ich noch die richtige Position finden. Dann kann ich mich da umgucken. Aha. Okay, verstehe. Hm. Na gut, dann mache ich es so. Ähm. Starte ich von hier. Ja, in diesen Baum. Diesen Pilz. Und jetzt geht es darum, ja, wieder wegzulaufen. Wie immer. Und da ist er schon. Geh weg, Schneemann. Oh Gott, oh Gott. Das wird bestimmt nicht einfach, auch wenn da schon zwei Schiene in der Gegend rumliegen. Das Problem ist, das da oben. Hör auf zu rutschen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, ist mir kalt. Aber er ersauft irgendwie komisch. Ja. Ah, das lasse ich mir nicht gefallen. Das kriege ich schon irgendwie hin. So. Man muss... Der Baum da muss genau unten noch an der Spitze zu sehen sein. Dann kriegt man einen schönen Schuss. Ähm. Wo muss ich jetzt hin? Moment. Richtung des Sterns. So, glaube ich. Oder auch nicht. Jetzt bin ich irgendwo random gelandet. Oh Gott. Ach, schön reingesprungen. Das ist gut. Okay. Das ist wieder eine Sache des Wartens. So. Schnell aktivieren. Und los geht's. Oh. Okay, halb zu schlimm, halb zu schlimm. Ich kann hier umdrehen. Oh. 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 Moment mal. Ich hab sowas geschafft. Oh verdammt. Jetzt hätte ich gerne den Pilz in der Nähe Jetzt habe ich etwas Angst Okay, da ist er Wow Das wäre es jetzt Oh, was ist das für eine schwule Perspektive Oh Gott Wie geil Wie geil Ja Das wird mal ein kurzes Video Heilige Scheiße Wow Oh, okay Ja Das war es schon mit der Green Demon Challenge Ich glaube komplett, weil ich weiß jetzt nichts mehr Jedenfalls danke fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat es sehr gefallen Man hat es gesehen Und ja Bis zum nächsten Mal Euer Gaudimann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020